Okay, so, ich hätte da Wasser für dich. Mal gucken, ob das was... Kann ich das geben? Wo ist das Zeug? Das Tau kann ich gar nicht verschenken, ne? Nee, das kann ich nicht verschenken. Hä? Warum? Saurei. Ja, sorry, dann... Ja, bis später. Ciao. Dann kann ich das jetzt erstmal nicht... Das ist ja blöd. Ein paar Slots habe ich noch. Dann lasst uns mal nochmal in Jagd verprügeln gehen. Bleibt nicht aus. Sorry, Kollege. Brauch deine Hörner. Boah. Junge, Junge. Oh, auf dem Kopf macht es tatsächlich mehr Schaden. Das ist interessant. Tierfell, Jagdmüllhaar. Hm. Brauchen wir so ein Horn? Hoppala. Oder war das jetzt mehr Schaden, weil ich... Ach nee, weil das ein Break war. Alles klar. Oder? Nee, da macht es weniger Schaden. Oder? Guck mal. Ah nee, das ist... Der Break... Der Break... Der Break in der Kopf, ne? Ja doch, der Break... Der Break in der Kopf macht jetzt nicht mehr Schaden. Interessant. Ah, wir haben so ein Horn. Sehr gut. Was gibt uns das Dörrfleisch eigentlich wieder? Hausdauer. Sieben Stück. Boop. So. Was war das? Irgendwas hat Platsch gemacht. Das gehört dahin. Dankeschön. Alter, was für ein Riesenklingel, ne? Hm. Ich brauche aber eigentlich noch Holz. Kann ich einfach so ein... Wir hatten noch irgend so ein Seed gefunden, ne? Den ich in die Kiste gepackt habe, glaube ich. Ne, hier. Sandreissamen, ne. Na, irgendeinen Baumsamen, glaube ich, gefunden. Können wir das einfach so hier irgendwo auf Grundstück hinballern? Oder brauchen wir eine Pflanzkiste. Hä? Das ist eine Blume. Hm. Achso, apropos Blume und so. Wir wollten mal zum Doktor, ne? Irgendwas ist hier auch noch. Kannst bloß gerade nicht ausmachen. Hier ist doch irgendeine Quest, oder bin ich? So. Hier ist auch noch was. Avio, hi. Gemischturmladen. Äh, apropos. Ein Auftrag für mich. Ja, na klar. Ein Sonnenschirm. Ein Sonnenschirm. Gut. News. Logan, Stuart. Place added, okay. Abonniert, 20 Gold, nein. Anzeige schaltend. 100 Gold, nein. Kann ich mir grad nicht leisten. Die wollen alle nur mein Geld. So, wahrscheinlich werde ich ja zum München, oder zum Frosch, oder zum Schwein, oder sowas. Wenn ich die Medizin nehme. Sind diese wirklich frei? Ich glaube immer, dass es kein solches, als ein freies Essen gibt. Was ist diese Medizin eigentlich? Ah, mein Ecken. Ich bin gut, Doc. Ich bin gut. Vielleicht macht's Peng und er explodiert, oder sowas. Ja, es erhebt. Wahrscheinlich, ein Tier würde uns nicht mehr missen. Unmöglich, Tiere sind kein Herz. Ich nehme 20, ich nehme 20! What? Willst du welche? Ja? Braune Brühe, blaue Brühe, gar andere Brühe. War keine gute Idee. Was war das denn? Notiert, äh, okay. Mach das. Oh, das hielt. Neu Medizineklinik, äh, Lavendel Extrakt, okay. Okay, komm nächstes Mal wieder. Oh, das hielt mich. Cool. Das scheint wirklich die Händler-Gilde zu sein. Naja. Ah ne, das andere war Katori, ne? Die sah so ein bisschen ähnlich aus wie die, ähm, Avorta oder wie sie heißt. Also, ich hab den Namen jetzt nicht gemerkt. Aber die, die vom Töpferladen. Die sah ein bisschen aus wie von einem Museum. Deswegen, die ist vielleicht schon links, Stressor oder sowas. Elise? Hi. Alle? Oh. Ähm. Bitteschön. Ja. Ja. Nichts mitgebracht. Sorry. Ja. Tschau. Ähm. So, if you'll just move a few decimetres to your left, I think you'll find the pathway to the commission board to have become quite clear allowing a way for me to snag a commission. Okay. Hä? Die war doch grad draußen in der Stadt. Ha. Kein Problem. Du kannst mich nicht mit deinen Mind-Games schrauben, Mian. Ach. Was? Okay. Ich verabschiede. Schau dir selbst. Wie lange ist es, seitdem du das große Elevator-Schein geschlossen hast? Und du bist schon wieder zurück in hier. Ähm es wieder. Ja, warum nicht? Das ist, das ist die Aufgabe von, von Handwerkern. Du hast ein Problem, Mian. Du bist ein Workaholic. Du hast ein Problem. Okay. Du bist ein Workaholic. Mhm. Mian, der Workaholic. Ich verstehe. Du wirst nicht so weit gehen. Ich meine, ich habe heute noch nichts zu tun. Was würde ich sonst machen, wenn ich keine Kommission habe? Angeln. Holz hacken. Steine kloppen. Sachen bauen. A whole heck of a lot else. I'm gonna tell you. Oh, schucks. Another one of you? Alright, that's it. This is an Intervention. I'm taking the two of you out to do something fun. What? No commission's allowed. Um, I guess. They wouldn't kill me to take one day off. And I am pretty tired. Hey there. I guess we're going somewhere. Want to join us? Of course you're joining us. As I was saying, what you two need is to relax. And what better way to relax than a rigorous and debilitating day of mountain climbing and yak mal wrangling? Uh... Nein? Uh... Hey, Elle. That does sound really relaxing, but I... Stubbed my toe this morning. Better stay out the mountains for today. So... Why don't we just stop into the Golden Goose Gaming Center for a little bit instead? W- Huh? G- Games? Uh, but that's kid stuff. Uh... Cool mature adult type folk like us spend our leisure time running free on the wild... Frontier... And... T'applique? Hahahaha Oh fine. I guess if y'all really want to, we can go to the game center. But I'm not playing any else kid games, alright? I'm just there to keep you company. And make sure you don't relapse. Wahoo! Now let's hurry on over. We'll see you there. Okay. Yee-haw! Aha. Was heißt hier No Commissions? Ich geb dir gleich No Commissions. Ach, ich hab heute schon. Hm, naja, gut. Schade. Ich vergesse nicht, ich hatte auch heute schon. Alter. Was ist das? Ähm... Kinderspiele machen wir nicht mehr mehr. Oh, wir machen Kinderspiele. Uh! Ist das doof. Ähm... So, wo müssen wir jetzt hin? Ähm... So viel am Arsch der Welt, ne? Ähm... So viel... So viel... Treppen und so viel... Boah... Alter, Porsche war wenigstens ebenerdig, ne? So mehr oder minder. Alles so weit auseinander hier. Da sind die beiden doch. Happy Land. Hey! We were just about to go in. Ready to get your game on? Wenn's denn sein muss. Well... Here we are. Same old game center. Jan... Y'all can pick a game to play. I'll watch. I think I've seen folks on these games before. On some two people can play at the same time. I guess the point is to see who the better... Gamer is? Uh... I'm falling asleep listening to myself explain this. Yes, it runs in the family. Don't mind her. How about whack-a-mole? Let's try that one first. Hau den Maulwub, okay? Auf die Plätze, fertig. Wumm. Oh Gott. Oh, der mit der Uhr ist besser. irgendwie nicht doch jetzt. Jan ist ein Weg. Na ja, klar. Ey. Oh man. Oh man. Nutzen So ein Ding mit der Uhr Alter Ja dann kommen wir runter Ach falsche Taste, jetzt weiß ich warum Aha Also neben dem Stein nicht eine verpassen, weil das ist keine gute Idee Mole Masher 103, okay Keine Ahnung Ist ähm Zufall Das war Spaß Ich habe das mit mir selbst gespielt, aber es ist noch mehr Spaß mit zwei Leuten Aha Äh Wo würde Elsie gehen? Weil sie in die Uhr ging? Mal schauen Ich spiele wahrscheinlich auch irgendwas drinnen Aha Hey, da bist du Yeehaa Get wrecked, you old Scrub What the? I lost? Let's go again, you dumb machine Sieht kaputt aus Oh, I thought you didn't wanna play Huh? What? Mion? Bug off! Y'all are bad luck Hehehe Oh, verdammt Ich bin weg Ich bin weg Mion Wieso hast du mir nie gesagt, wie groß die Spiele sind? Mein Herz schlägt Mein Geist ist aufgeregt Ich habe nie so aufgeregt Ich habe nie so aufgeregt Verdammt Verdammt All diese Pro-Gaming hat mich in Appetit Auf geht's Posse Lass uns auf die blaue Moon um ein bisschen grub Ja Komm mal Lass uns gehen Moment mal Sie hat kein Geld mehr und jetzt will sie essen gehen Müssen wir bezahlen? Äh, was ist das dann? Rezepte Effekte Geschichte Reisen Was? Okay Mach das Keine Ahnung Egal Wir verteilen erstmal das Geld nicht unter den anderen Weil wir brauchen es selber Boah, es ist warm heute wieder, ne? Ich sage euch Ich hatte eigentlich andere Sachen im Kopf jetzt, jetzt, das beiden Weiber, ne? So, gehen wir doch noch Fahre die Ruine, ja Okay Was essen, was soll's Kann nix schaden Der Zuckung, habt ihr das gesehen? Das ist auf mich, Cowpokes Geh auf, hilf euch! Aber, nicht nur in Ordnung, die größten Sachen auf dem Menü Ich arbeite nur für meine Eltern Ja, du hast doch gerade gesagt, du hast kein Geld mehr Wie, 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 wie kannst du dir jetzt Essen leisten, Mädel? Ey, warte, warte! Während du es orderst, ich gehe und eine Überraschung holen Don't worry about me Ich werde gleich wieder Eine Überraschung? Huh? Ich wusste, was an ihr sie planen könnte Oh, well Lass uns essen Will die uns verkuppeln Oder woran liegt das? Oh Ich weiß nie, was zu essen Es gibt so viele Auswahl Was ist das? Ah Entschuldigung, ich wollte es nicht wegklicken Ähm Vorspeise Tomaten mit Zucker Datteln Datteln Tee Drei Kaltesche Kaltesche Sesamnudeln Was? Sesamnudeln Funggleich Let's take the daily in, gut Vielleicht noch was zu trinken Ähm Milchsteck klingt gut Drei Danke, dass mich behandelt Ich mag es wirklich sehr viel Drei Drei Ich hoffe, dass ihr alle im Kopf in ihrem Körper für ein Verzweiflung Oh oh Lauf weg Lauf weg Guck, Chelsea Du hast wirklich schon ein Geschenk für uns Du wirst nicht Du musst es nicht Du Wirst du die Ehre machen? Warum muss ich das machen? Kannst du auch mal was tun Oh Gott Hehehehe 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 Wuhuh Ihr dürft ihr den Blick auf eurem Gesicht gesehen haben Ihr seid alle wie Ahhhh Elsie Was? Ich sagte dir, ich würde dich überraschen Was ich Fibben? Geflunkern hast du tatsächlich nicht Ich lebe euch alle ein interessantes Geschenk mir zu geben Ich werde euch warten Ich werde euch warten Nun Bis dann Ich wünsche euch euch an euch Das war lustig Bis dann wir uns wieder Bis dann 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 Ein bisschen Aber es ist nicht nur ich Elsie ist immer diese Präger auf mich Manchmal habe ich Angst Ich habe sogar Angst Bis dann Ja Die ist wirklich sehr leppert Ich habe Arbeit zu tun Bis dann Bis dann Ich habe Arbeit zu tun Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann